Das Département Bouches-Durone ist das französische Département mit der Ordnungsnummer 13. Es liegt im Südosten des Landes in der Region. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Präfektur ist Marseille. Unter Präfekturen sind Ex-on-Provence-Alles und Istriae. Geografie. Das Département liegt in der Provence am Mittelmeer und verfügt über insgesamt 280 Kilometer Küste. Diese unterteilt sich von Osten nach Westen in die Côte d'Azur, die Côte-Bläue und die Côte-Gamag-Weise. Das Département grenzt an die Départements-Gard im Westen, Waokluse im Norden und VAR im Osten. Im Südwesten des Départements bei Arles liegen die Landschaften Kamag und Krau, die kaum besiedelt sind, sowie das kleine Gebirge der Alpies. Wappen. Beschreibung. In Gold ein blaues Gülpelstück mit einer goldenen Lilie mittig belegt und einem dreistägigen roten Turnierkragen am Schildhaupt. Bevölkerung. Insgesamt lebten am 1. Januar 2013 1.993.177 Menschen im Département. Sie werden als Boko-Rodaniens bezeichnet. Ein großer Teil der Bevölkerung lebt in und um die Präfektur Marseille. 2008 lebten in 28 der 119 Gemeinden mehr als 10.000 Menschen. Verwaltungsgliederung. Verkehr. Im Département liegt der Flughafen Marseille. Medien. Der Radiosender Franz Bleu-Provence sendet in den Départements Bouches-Torone und VAR. Klima. Messstation. Marseille-Marin-Jahntage mit Regenfällen über 1 mm 57. Frost 30 Erster Frost, 19. November Letzter Frost, 11. März. Schnee 2 Gewitter 20. Hagel 1 Bei Mistral kann die Wassertemperatur bis zu 5 Grad niedriger liegen. Verwaltungsgliederung. 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 Verwaltungsgliederung.